So Leute, sorry, ich muss kurz pausieren, kurz am Break. Hättet ihr gar nicht gemerkt, wenn ich was gesagt hätte, ja? So, dann telefonieren wir nochmal. Jetzt wählen wir mal. Ein paar Tasten durch. Die 71 müssen wir jetzt mal anrufen. Willkommen in La Castellata's new automated in-room ordering system for room service. May I help you? Wait, don't answer that. See, there's no one here but us computers. Ha, ha, pretty funny, huh? It's a little digital humor. You may press your selection at any time or zero to return to the menu. Press 1 for breakfast. Press 2 for lunch. Press 3 for dinner. Press 4 for morning snacks. Press 5 for afternoon snacks. Press 6 for late night snacks. You selected 1. Breakfast. Press 1 for full meals. Press 2 for light meals. Press 3 for pig out meals. You selected 2. Light meals. Press 1 for dry toast. Press 2 for grape platter. Press 3 for tofu surprise. You selected 2. Light meals. Press 1 for dry toast. Press 2 for grape platter. Press 3 for tofu surprise. Press 4 for food mussil. Thank you for ordering. Checking your accounts for adequate cash reserves to complete transactions. Please hold. Sorry, you have no credit standing whatsoever with La Costa Lata. Order any food you want, you won't get it. Hm, blöd, gell? Was für ein Geräusch? So, und dann rufen wir noch die 46 an. Muss ja repariert werden, gell? Yes, hello, this is building, maintenance, landscaping and grounds. May I please to be helping you? Hello? There's brown water coming out of my bathroom sink. Is there anything you can do about it? Ah, yes, but of course, Mr. Laffer. I am so sorry. Let me send up one of our best men. Right away, pronto, soon, quick, quick. Oh, I'm pleased to be accepting our sincere apology for any inconvenience and perhaps if you are suffering. Ah, perhaps I can make some adjustment to your bill. Please, just a moment, while I check the computer. Computer? Oh, I see, never mind. Mr. Laffer, I'll be sure to send up somebody sometime, maybe in a few hours, maybe never. And please, don't bother calling back. Okay, es wird eventuell gar nicht repariert. Wunderbar. So, jetzt können wir uns mal zur Probe da drauflegen. Und das können wir jetzt anmachen, ne? Oh, jetzt müssen wir wieder raus, mal gucken, ob ich den Ausgang find. Er war hier irgendwo, genau. Let's have a look. The maid's cart is filled with the usual towels and washcloths, plus lots of other freebies which she places in the guests' bathrooms. Funny? You haven't seen any of this stuff in your bathroom. Use this when you want to make a good impression. She was probably going to give you a fresh roll of toilet paper today anyway. I'll bet the maid was going to leave me a washcloth. Don't be greedy. Also, was auch immer wir haben. Ein Handtuch, ein Toilettenpapier und ich frag mich, was das ist. Wir werden es da rausfinden. Obwohl kann ich da draufhören. Ihr complimentary bar of impressive imported oat brand soap would be more impressive if it had come in a wrapper. But, for an unwrapped bar of soap, it is impressive. Okay. So, jetzt gehen wir mal runter. Die Eismaschine, an die kommen wir dann jetzt dran. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau. Hoffen wir mal da lang. Oh ja, der Speisesaal. Let's have a look. La Castellata's Salad Bar is presently nothing but off-color, half-melted ice. Come back at dinnertime and it will be different. Yeah, by then it'll be off-color, fully-melted ice. However, you do notice a faint trace of color under one section of the ice. Dann nehmen wir uns das mal. Oh. Looking for something to suck, you grab a piece of dirty ice, but toss it back before you get sick. Looking for something... Ah, jetzt mach das. Seeing a hint of color beneath the ice, you dig away until you uncover a fresh orange left over from breakfast. It seems to be in surprisingly good shape. Dann nehmen wir's mal, wa? Okay, dann nehmen wir die orange. Ah, I might as well take this orange. You never know when a guy might want something to, uh, suck on. Okay. So, dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Äh. Oh. Aha. So, was können wir denn hier nochmal machen? Die können wir doch bestimmt wieder rumwühlen, oder? Gleich in die Mülleimer krabben. Das muss man immer machen bei Larry. Ist das so? Of course, digging through the trash is always a good idea in an Al-Low-game. Sag ich ja. Hey, look. Somebody threw away a five-gallon can of Lard. Na, siehste. Haben wir's schon gepräft? Take me. I'm mine. About the only thing you could get in this kitchen would be Salmonella. Wir müssen ein Stück wieder weglaufen. Und jetzt krabben. So. Jetzt haben wir Backfett. Und Wiederpunkt erreicht. Okay. Okay. Ah, ich hab was vergessen. Und zwar müssen wir nochmal zurück. Oh. Nicht reißverschloss. Müssen wir nämlich wieder zurück. Müssen wir nur raus. Da geht's raus. Dann lass uns mal wieder zu unserem Room. Weil da wollte uns ja auch jemand was auf unser Bett legen, ne? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ob die schon da war? Jedenfalls unser... Oh nein, der Wagen ist weg. Okay, dann muss er vielleicht... Vielleicht kommt er später wieder. Ach, wir brauchen ja einen Schlüssel. Sorry. Müssen wir auch schließen? Oh, guck mal. Unser Bett wurde gemacht. Und was aufs Kopfbissen gelegt. Na Gott sei Dank. Sind wir ja ausgerüst. So, dann gucken wir mal, ob der Klimtner ist. Im Bad. Ob da schon was gewirkt wird. Oh ja. Fakt. Und mit dem Bappen, ne? Nicht mit dem Bappen. Bappen, ne? Bappen, ne? Bappen, ne? Bappen, ne? So many things I gotta get done today? I got people waiting everywhere! You think you're the only person in this place with plumbing problems? You guests are all alike! I'm so busy, I don't have time to take a crap anymore! Yeah, I can tell by the way you wear your jeans. Gosh, I'm so sorry you're so busy. How about if I get out of your way? See you later. I'll just wait in my room or something. Oh yeah, good idea! The sooner you leave me alone, the sooner I'll get this done! Geez, what an asshole! Geez, what an asshole! Say, I bet he'd never miss a simple adjustable wrench. Say, I bet he'd never miss a simple file. Perfekt! Cool! Das ist schnell raus! So, schauen wir mal nochmal, ob dieser Eiswagen nochmal da ist. Ah, der kommt! I got your water problem taken care of, Mr. Lepper. You won't have any more troubles now. Thank you. If I do, I'll ask for you. How did I know that? Oh nein, der Eiswagen ist immer noch nicht da. Wir haben vergessen, was rauszunehmen, aber kein Problem. Lass uns mal einfach an irgendeine andere Tür klopfen. Und der kommt bestimmt bald wieder. Okay. Lass uns mal da dann. Da, da, da. Gucken, was da dran ist. Ah, der Spa! Okay. Da wollte ich zwar noch nicht hin. Lass uns mal kurz raus. So ein bisschen orientieren, weißt du. So, lass uns mal da langlaufen. Wo geht's denn da hin? Und wir haben wieder Punkte bekommen, ne? So, jetzt laufen wir noch mal in dieses Bad und dann machen wir uns mal nackig in der ersten Momente. You never can tell when I might want to learn what other wonderful features are available here at lovely La Castellata. You carefully adjust your clothing. You hope no one noticed. No one will ever know you wiped your forehead with that washcloth. I actually wanted to do something. You hope no one noticed. What did I actually do? La Castellata's washcloths are so soft and fluffy. Handtuch? No one will ever know you wiped your forehead with that washcloth. Now it's not only wet, but it's also warm. Your wet washcloth smells nice and clean. Your wet washcloth smells nice and clean. Ähm. Sieh nicht jetzt aus, Mann. Oh! Oh! Oh Gott, ich liebe es. What are you trying to do? Rinse that thing off? Ja, maybe. Das ist doch das Handtuch. Er braucht das Handtuch, um dich auszuziehen. Ach, wahrscheinlich muss ich doch zu dem Karl-Heinz, gell? Warte mal, lass uns mal mit dem Karl-Heinz reden. Er gibt ihm bestimmt jetzt ein Handtuch. Irgendwie so war das. Warte. Ja. Warte mal, Herr. Ist das wo ich meine spa-towel gete? Ja. Warte mal, Herr. Warte mal, Herr. Warte mal, Herr. Und die Nummer. Und die Nummer. Mein Name ist Larry. Larry Laffer. Und ich bin in die Nummer... Say. Warte mal, warum hast du meine Nummer? Why so we can charge you for the towels you don't return? Well, okay, I guess. It's room 201. Right at the top of the stairs. Feel free to drop in. Oh, goody! Not. Okay, haben wir jetzt mal ein Handtuch für ihn. Ah, das ist das. Okay. While you might find a list of all guests who have checked out towels interesting, it's not really something that will help you escape from La Castellata. I'm sorry, sir. Guests are not allowed to just help themselves to towels. Oh, I'm unaccustomed to such luxurious service. What should I do? Just sign the guest registry here on the counter. Now we got it. If you have any trouble in the locker room, just squeal. So, der Spind ist schon offen. Dann nehme ich mal das Handtuch, dass er sich mal auszieht. Jetzt klappt's. Ich habe mich schon gewundert. Perfekt! Dann lassen Sie mal reingehen. Dann lassen Sie mal reingehen. Dann lassen Sie beide gather.